300 Geld für die Werkstatt. Jetzt geht's los. Komm ich hier nicht rein? Muss ich da nicht sauber machen? Aber er hat hier nix vollgeschmiert. Zählt das erst, wenn man ihn bis zum Schluss nicht erwischt? Die Lampe ist auch sehr anstrengend auf dem Klo. Ich speichere mal. Sicher ist sicher. Das Eis geht nicht gut, aber ich glaube ich krieg das auch nicht weg. Sobaaa. Ging wir echt 1,50? Wenn die aufs Klo gehen? Das wäre cool. Aber wieso komme ich hier nicht rein? Hast du Hände gewaschen? Jo. Guck hier. Es läuft doch. Wir haben schon wieder gute... Rund 100 Euro eingenommen. Dollar. Wie auch immer. Geht vorwärts. Ich will die Werkstatt aber ehrlich gesagt noch nicht kaufen, weil ich dann auch Geld für die Ersatzteile brauche. Oh, das war knapp. Great. Thank you. Ich versuche, wenn es Bugs gibt... Die sind aber auch schon ganz penibel hier, die Leute. Der Sauberkeit. Ich versuche, du hast einen. Nice. Also der zweite Parkplatz macht tatsächlich einen Unterschied. Find ich gut. Ich muss dann auch mal Zeug nachkaufen. Wenn ich den bedient habe, kaufe ich Snacks nach. Ja, Gushin. Ich habe zwar nicht wirklich Platz für Eis, aber... Um... Okay. 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 Es ist schon schlimm, wenn man alles alleine machen muss. Ich weiß nicht, warten die an der Kasse einfach unendlich lang? Bis man halt da ist? Das wird so. Heilung, raus mit dir! Ich bin froh, dass wir uns verabschieden sind. Das ist gut. Great job. I owe you one. Und wieder ab in die Kasse. So, volle Regale. Passt. Die Art und Weise, wie hier eingeräumt wird, ist auch ein bisschen seltsam. Aber gut. Well. 52 Liter. Weißt du, die warten noch nicht mal drei Sekunden. Nein, es wird direkt losgehupt. Oh, ich muss gleich mal das Klo putzen. Oh, falsche Seite. So. So. Und wir warten wieder auf den nächsten Kunden. Oh, wir sind bald Level 4. Bei Popularität. So. So, Moment. So, what? So, jetzt muss ich gleich wieder Sprit bestellen. Entschuldigung. Ich hab's gerade sauer gemacht. Ja. Aus was für dem Regal hat sie sich jetzt Eis genommen? So, jetzt kommt wieder unser Spritlieberant. So, und dann wird die wieder hinterher hupen, weil die jetzt hinter dem Spritlieferanten steht. Und dann wird die wieder hinterher hupen, und dann kommt das wieder hinterher. Great job. Machen Sie doch mal ein bisschen ruhiger. Also. Ja. Die Frage ist, machen wir gleich noch mal kurz die Tankstelle zu? Um das Bad zu streichen? Oder? Machen wir das während der Öffnungszeiten? Ja. Ah. Ähm. Ähm. Gut. Das, ähm. war jetzt so nicht geplant ich bin jetzt gespannt ok hier hat es zuletzt gespeichert ok gut das spiel sagt wir machen heute nicht mehr so lange machen wir halt nicht mehr so lange oder wir spielen noch drei runden dbd können wir auch machen hier müsste jetzt der polizei stehen genau so sicher ist sicher warum auch immer das spiel abgeschmiert ist eigentlich wollte ich hatte ich überlegt ob wir das bad nebenbei streichen oder ob wir die tankstelle zumachen dafür die hat immer ein wunderbar dort hinten am regal hat er einen weißen bad und hier vorne super das hier wieder schmutz fink was macht ihr das jetzt hier so schmutzig was macht ihr das jetzt hier so schmutzig schon ich habe habe ich 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 Ja, gut los. Scheint ja niemand sonst an der Kasse zu sein, oder? Jetzt wird's mir ja anzeigen. Oder auch nicht. So, er hat gestrichen, ich glaub den Boden können wir nicht streichen. Genau. Ja. Okay. Ähm. Ja. Ich würd gern gucken, dass wir Popularität noch auf Level 4 bekommen. Und dann können wir für heute mit dem Spiel erstmal Schluss machen, damit's gute dreieinhalb Stunden oder so gespielt. Wir können ja dann noch zwei, drei Runden bei DVD reingucken. Schön den Leuten hinterhergewischt. Ja. Wir haben ein neues Tankstellen-Schild. Cool. Ähm. Aber ja, ich hab... Ah ne, ich muss noch kurz hier... Wenigstens die offenen Aufgaben noch abarbeiten. Kassieren wir noch ab. Und dann wechseln wir nochmal das Spiel. Kassieren wir noch ab. Ja. Kassieren wir noch ab. Acht Stunden, neunundze... Acht Tage, oder? Acht Tage, neunzehn Stunden. Haben wir nicht acht Stunden gespielt? Okay. Ähm. Wir haben... 22.34 Uhr gespeichert. T backup File 19.6 Uhr All set. Leipurs